Rohstoff Gold Trading Selmkenzi Selzamkenzi Autor D Selzamkenzi Rohstoff im Fokus Angesichts der Unsicherheiten auf den internationalen Finanzmärkten, wegen der Schuldenprobleme in der Eurozone, suchen die Investoren offenbar verstärkt nach einem siebedingter Trennstrich Kierenhafen. Gold war daher zu bedingter Trennstrich letzt sehr gefragt, und der Preis für das gelbe Edelmetall erreichte im Mai neue Rekorde. Für Rückenwind sorgten insbesondere der Rettungsplan, für den Euro mit eibedingter Trennstrich neben Volumen von 750 Milliarden Euro sowie der Bruch eines Tabus bei der Europäischen Zentralbank, EZB. Die Notenbank will nun auch Staatsanleihen kaufen, womit pragbedingter Trennstrich-Tisch dem zügellosen Gelddruckentür und Tor geöffnet wurde. Ziel ist es, die eurobedingter Trennstrichzone zu stabilisieren und schließlich auch die Gemeinschaftswährung zu stützen. Mittel- bis langfristig bergen die Schritte, trotz der Ankündigungen, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, jedoch ein hohes Inflationsrisiko und unterfüttern die diesbezüglich ohnehin seit einigen Monat bedingter Trennstrich-Trenn vorhandenen Befürchtungen angesichts der milliardenschweren Rettungspakete im Zusammenhang mit der Finanz- und wirdbedingter Trennstrich-Schafftskrise. Hinzu gesellte sich eine genebedingter Trennstrich-Relle-Unsicherheit an den Finanzmärkten wegen der vielerorts immer mehr im Fokus stehenden und nicht zu leugnenden schulbedingter Trennstrich den Probleme vieler Staaten, weshalb die Investoren offenbar verstärkt auf den fairbedingter Trennstrich-meindlich-sicheren Hafengold setzten, um sich vor den befürchteten Entwertungen der Papierwährungen zu schützen. Neue Rekorde Dies zeigt sich zuletzt insbesondere beim Goldpreis in Euro, der aufgrund der EU-bedingter Trennstrich-Rollschwäche haussierte und zwischenzeitbedingter Trennstrichlich erstmals in seiner Historie die Marke von einem Euro je Feinunze überschreiten konnte. Ungeachtet der schwachen G-bedingter Trennstrich-Meinschaftswährung, die allein seit Jahrbedingter Trennstrich-Reesbeginn etwa 15% gegenüber dem US-Dollar verloren hat, markierte auch das Edelmetall in US-Dollar neue Spitzenwerte, was die Suche nach einem sicheren Hafen unterstreicht. Normalerweise ist ein stehbedingter Trennstrich-Kirra US-Dollar tendenziell ein belastenbedingter Trennstrich der Faktor für den Goldpreis in US-Dollar. In der Grafik, Preisentwicklung von Euro, Gold und Nüse-AK-Gold-Buchs-Index seit Jahresbeginn im Vergleich, ist jedoch zu ehebedingter Trennstrich kennen, dass im Mai selbst der Goldpreis in US-Dollar trotz des sehr festen Greenback kräftig zulegen konnte, auch wenn er zwiebedingter Trennstrich schenzeitlich etwas korrigierte. Gefragte Münzen und Baren Die hohe Nachfrage nach Gold zeigt sich auch daran, dass im Mai vielerorts in ebedingter Trennstrich-Roper über Lieferengpässe bei Goldmünzen und Baren berichtet wurde. Zwar ist der Anteil von Münzen und Baren gemessen am weltweiten gesamten Goldverbrauch nach Zahlen des World Gold Councils mit etwa 13% 2009, vergleichsweise gering, Die derzeit hohe Nachfrage in diesem bebedingter Trennstrich-Reich zeugt jedoch davon, dass offenbar vor allem Privatanleger nach wertstabilen Anlagemöglichkeiten suchen. Die unsiebedingter Trennstrich-Kerheit am Markt ist derzeit enorm hoch, das beflügelt den Handel mit Gold, erklärt Alex Broeks-Chat, Unternehmenssprecher von Goldmoney, www.goldmoney.com, Schrägstrich-De, einem der weltweit größten Anbieter für bedingter Trennstrich-Sischer Edelmetalle für Anleger, der eingebedingter Trennstrich-Nähen. Angaben zufolge jederzeit lieferfähig ist. Auf bis zu 2.000 US-Dollar könnte der Goldpreis im momentanen Umfeld klebt bedingter Trennstrich-Tern, erläuterte der Experte. Goldaktien, eine Alternative? Von der großen Nachfrage nach Gold profitierten auch die Goldaktien. Beispielhaft dafür ist die Entwicklung des Nüse-Aker-Gold-Buchs-Index, der 16 Aktien interbedingter Trennstrich-Nationaler Goldproduzenten umfasst. Nach der Schwächephase von Mitte Januar bis Februar erholte er sich kräftig und legte im Mai lange Zeit im Einklang mit dem goldbedingter Trennstrich-Preis zu, bevor es auch hier einen sogar noch etwas größeren Rücksetzer gab, siebedingter Trennstrich-E-Grafik, Preisentwicklung von Euro, Gold und Nüse-Aker-Gold-Buchs-Index seit Jahrbedingter Trennstrich. Riesbeginn im Vergleich. Dennoch könnten Goldaktien eine sinnvolle Ergänzung zum physischen Erwerb von Gold sein, insbbedingter Trennstrich-Sondere vergleicht. Beim letzten großen Aufschwung des Goldpreisbedingter Trennstrich-Sees, ausgehend vom Zwischentief im Jahr 1999, zeigt sich, dass der Nüse-Aker-Gold-Buchs-Index deutlich besser performte, siehe Grafik, Goldpreis und Nüse-Aker-Gold-Buchs-Index im langfristigen Fährbedingter Trennstrich. Gleich. Während der Goldpreis seither um etwa 320% zulegte, kletterte der Index um 560%, stand, 26. Mai 2010. Selbst der kräftige Rücksetzer im Jahr 2008 wegen des Liquiditätsbedarfs großer, Adressen, im Zusammenhang mit der Finanzkrise und damit dem Ausverkauf im Aktienbebedingter Trennstrich-Reich, wurde inzwischen wieder ausgebübedingter Trennstrich-Geld. Zwar sind vergangene Entwicklungen keine Garantie dafür, dass es auch künftig so läuft, sollte der Goldpreis aber weiter zulegen, dürften davon auch die Goldprobedingter Trennstrich-Dozenten und damit deren Aktien profibedingter Trennstrich-Tieren. Allerdings muss man sich darüber bewusst sein, dass diese Volatiler sind und teilweise größeren unternehmensspezifibedingter Trennstrich-Schenkursschwankungen unterliegen. Um das Risiko zu streuen, bieten sich daher eventuell Indexzertifikate oder ETFs an. Beispielsweise gibt es entsprechende probedingter Trennstrich-Dukte auf den Lüse-AK-Gold-Buchs-Index. Allerdings haben auch diese spezielle risibedingter Trennstrich-Kenn, wie das Emittentenrisiko. Fazit Nachdem der Goldpreis im Mai neue Rekorde erreicht hatte, kam er anschliebedingter Trennstrich-Send etwas zurück, was die Frage auf bedingter Trennstrich wirft, ob die Pate nun vorbei ist. Für die Korrektur sorgte einerseits die allgemeinbedingter Trennstrich-Nähschwäche bei Aktien und Rohstoffen, wozu das überraschende Verbot von ungedeckten Leerverkäufen in deutschbedingter Trennstrich-Land beigetragen haben könnte, heizbedingter Trennstrich-T ist doch Spekulationen an, dass die Lage in der Eurozone noch schlimmer sein könnte. Investoren mussten daher eventuell Goldpositionen liquidieren, um Marginanforderungen in anderen Wertpapierklassen zu erfüllen. Anderer bedingter Trennstrich-Seiz könnten Gewinn mit Namen belasbedingter Trennstrich-Tät haben, ging es beim Goldpreis zuvor doch kräftig aufwärts. Inzwischen hat er sich wieder gefangen, und der jüngste Rücksetzer war wohl nur eine kleine Verschnaufpause. Ob dem tatsächlich so ist und nun die Aufwärtsbewegung fortbedingter Trennstrich gesetzt wird, dürfte davon abhängen, ob und wie schnell die Inflationsangst wieder die Oberhand gewinnt. Die zu Letzt auch durch die jüngsten inflationsbedingter Trennstrich-Taten aus den USA gedämpft worden sein dürfte, zeigten diese doch eher die bedingter Trennstrich-flationäre Tendenzen. Mittel- bis langbedingter Trennstrich-fristig hat sich am fundamentalen Bild aber nichts Grundliegendes geändert. Dazu gehören auch die akut bleibenden Schuldenprobleme vieler Länder. Das gilt nicht nur für die derzeit vor allem Schlagzeilen machenden südeuropäbedingter Trennstrich-Schemländer. Auch in Großbritannien und insbesondere den USA haben sich riesige Schuldenberge aufgehäuft. Insbedingter Trennstrich-Gesamt betrachtet könnte der Goldpreis bei anhaltenden und sich verstärkenbedingter Trennstrich den Befürchtungen eines Scheiterns des derzeit vorherrschend auf Kreditgeld, sogenanntem Fiat Money, aufgebauten monetären Systems, weiterzulegen. Rücksetzer und Korrekturen könnten so bedingter Trennstrich mit eventuell die Chance für einen günstbedingter Trennstrich-Tigeren-Einstieg bieten. Beim Investi bedingter Trennstrich-Ren in den Goldsektor bietet es sich aber an, nicht nur auf den physischen Erwerb von Gold zu setzen, da dies, will man auf Nummer sicher gehen, auch mit Kosten für Lagerung und Versicherungen für bedingter Trennstrich-Bunden ist. Zudem müssen hier oft auf bedingter Trennstrich-Schläge, teilweise